Ja? Aber mal was anderes. Was hast du da unten mit Dio gemacht? Ich hab mit ihm nichts gemacht. Wenn, dann hat er es mit mir gemacht. Außerdem wusstest du, dass unser kleiner Junge gar nicht so klein ist? Ja, ich weiß. Er ist 17. Oh, ich hab das jetzt etwas anders gemeint. Aber ja, du hast natürlich recht. Wie meinst du das? Ach, vergiss es einfach. Ich hoffe für dich, dass du nicht schon wieder vergessen hast, ihn einzuschulen. Er gehört längst in die Grundschule. Der Junge braucht nicht zur Schule zu gehen. Ich bitte dich, guck ihn doch mal an. Rede nicht in diesem Ton über meinen Sohn. Man merkt, dass du sein Vater bist. Oh, ach so. Cliff, unsere Beziehung ist total scheiße. Ich kann das nicht mehr ansehen. Mach doch mal was. Deine Visage schmeckt mir halt überhaupt nicht. Du sagtest doch, dass ich diese ganzen Schönheitsoperationen machen soll. Na, dann dachte ich ja auch, dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Das heißt Schlimmerer. Äh, ey, sag mal, bist du bescheuert? Schlimmerer gibt's doch überhaupt nicht. Äh, was soll denn das werden? Ich werde es nachschlagen. Wo? Hier steht es Schlimmerer. Äh, ich... Klär, Mann, das ist doch das Telefonbuch. Lars, dieser Nichtsnut. Heißt doch mit Nachnamen Schlimmerer oder so. Ich bin mir total sicher, dass es das gibt. Gibt's nicht. Cliff, ist das dein Ernst? Ich schlag hier nach und du sagst einfach nur, dass es das nicht gibt. Wo ist denn dein Beweis? Okay, hier hast du deinen Beweis. Ich bin hier der Mann im Haus. Hast du das verstanden? Ja, und? So eine Scheißwörter haben nichts in meinem Haus zu suchen. Aber ich bin mir doch so... Das gibt's nicht. Punkt. Okay, das klang überzeugend. Ich glaube dir. Jawohl, ich hatte recht. Ich bin dann beim Arzneischrank. Ich brech dir deine Halse, dann siehst du aus wie Scheiße. Das ist gut. Hey Theo, echt, Mann, du bist echt total gut. Du bist der Beste. Glaube ich nicht. Doch, so wahr wie ich Schlimmerer heiße mit Nachnamen. Ja, okay, du hast recht. Ich bin verdammt cool. Ja, pass auf. Also ich werde dein Produzent und ich bringe nicht ganz große raus. Und da hast du voll die Kohle. Ich trinke gerne Bohle. Mann, das war gut. Schreib das auf. Okay. Nein. Loser. Hast du nicht Lust, unsere männliche Tourschlampe zu sein? Männlich ist ja okay, aber Schlampe kommt gar nicht in Frage. Ist nicht so schlimm, Hauptsache du bist willig. Ich und wir werden bald reich sein, verstehst du? Ach so. Hu, Lars hat nämlich gesagt, dass ich total talentiert und klug bin und so. Aha, wenn Lars das sagt, ja? Hu, 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 hu. Dann werde ich natürlich gerne eure männliche Bus-Schlampe sein. Also dann bis später, nicht wahr? Hu, jetzt haben wir eine Schlampe. Schreib das auf. Äh, ich weiß, es ist jetzt etwas unangenehm, aber irgendjemand hat seine Wurst nicht runtergespült. Das hört sich total nach Lars an, der macht das immer. Letztens hat er hier gefurzt und da kam ein Löffel Dünnes mit raus und die Unterhose hat er in den Wäschekopf gelegt. Ach, das war seine. Ich habe Theo deshalb bestraft. Ich habe sie ihm ins Gesicht gedrückt und er sollte daraus lernen. Und hat er? Natürlich nicht. Ist der bescheuert? Ey, gestern. Da wollte er kacken und hatte die Unterhose noch an. Hey, cool. Oh, die Schnauze. Und wer sind sie denn? Du hättest deine Fresse. Seit wein können Frauen hier was rum erzählen, Mann. Cliff, erzieh sie doch mal. Na ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Die kann zu backen wie ein Kerl. Die wehrt sich und so. Voll die Fotze. Meine Rede. Ich bin hier der Klempner, Mann. Und ihr bezahlt mich, obwohl ich überhaupt nichts mache, ihr Wichser. Ihr stinkt doch alle. Ich hasse euch, ihr Fotzen. Passt mal auf, dass ich euch nicht allen auf die Fresse gebe. Was erlauben sie sich eigentlich? So eine hässliche Familie habe ich ja noch nie gesehen, verdammte Scheiße. Ich bin ja wohl eine Ausnahme. Warte, aus welchem Loch bist du denn gekrochen? Du bist ja hässlich für die Nacht. Na, hallo, deine Dunkle. Das spielt doch keine Rolle, Mann. Das sagt man doch einfach nur so. Außerdem hat der Mann verdammt recht. Hörst du Schleim? Du Schlichtell. Apropos, als ich vorhin im Keller war, habe ich eine Videokamera gesehen. Äh, dein Sohn hat sich da voll einen runtergeholt gerade und sich dabei aufgenommen, Mann. Dio. Äh, ich wusste gerade. Sie haben sich also das Video anguckt, wie mein Sohn sich einen runterholt. Ich habe da eine Frage zum Inhalt. Ist dein Schwanz jetzt wirklich so groß? Was spielt das für eine Rolle? Verdammte Scheiße. Na, ich wollte es halt einfach nur so wissen. Fresse, du Schlampe. Kriegst auf die Schnauze. Wen meinten Sie jetzt mit Schlampe, weil eigentlich bin ich ein Mann. Ich. Okay. Jetzt will ich meine Kohle, du Fresse, verdammte Schlampe. Ja, wird's bald, bewegt dich. Na, ich habe nicht ganz erkannt, wofür sie bezahlt werden wollen. Nicht so schlimm. Ich habe es erkannt. Na, das kann jetzt jeder sagen. Ja, verdammt. Na, ich hau ab. Aber das Video nehme ich mit aus dem Keller. Hört rein. Ich fand ihn ja so cool. Wie er Schlampe sagt. So ein Mann. Ja, er hatte was. Ich fand ihn auch geil. Und ich esse. Nee, er war mir zu jung. So, meine liebe Familie, jetzt gibt es Essen. Als Vorspeise habt ihr hier Salamibrot, die euer Bruder Theo für euch gemacht hat und ihr werdet es alle essen. Zudem gibt es noch Suppe, die euer Vater unbedingt alleine machen wollte. Auf Suppe habe ich keinen Hunger. Ruhe. Ruhe. Auch besonders diese Suppe hat heute keiner Hunger. Sie wird ja wohl kaum die Blegis von letzter Woche toppen. Es geht ihnen wirklich nicht schlimmere. Nicht wahr? Hä? Schmeckt super. Ja, glaube ich. Ihr werdet nie daran, was ich heute gemacht habe. Oh, der hat schon wieder die Suppe gewichst. Abatmen. Milch ist ja okay, da sieht man es ja nicht. das ist ja okay. Das ist ja okay, das ist ja okay. Das ist ja okay.